Sobald du was erschaffst, das konsumiert werden kann, wirst du zum Produkt. Ich werde ungern als Produkt gesehen. Passivität? Nein, danke. Baby Mother aus Tennessee rappt hemmungslos über Sex und Selbstbewusstsein. Ihr Name kommt nicht von ungefähr. Ich habe halt vier Kinder. Die Bezeichnung habe ich mir aus Trotz angeeignet, denn es gibt so viele negative Assoziationen damit. Rap ist für die vierfache Mutter das Mittel der Wahl, allen Vorurteilen und Schubladen den Mittelfinger zu zeigen. Es hat alles mit Gedichten angefangen. Eins meiner ersten handelte von einem Mädchen, das mich gemobbt hat. Es ging um das Gerücht, sie würde mit einem Hotdog masturbieren oder so. Also dichtete ich was darüber und hängte das in ihren Spind. Das Texten war für mich ein Weg, meine Wut zu kanalisieren, denn das wird dir als kleines, schwarzes Mädchen schwer gemacht. Alle geben dir das Gefühl, du hättest kein Recht, wütend zu sein. Rap ist also sehr therapeutisch für mich. Erykah Badu und Björk gehören zu Baby Mothers Fans. Trotz zunehmender Popularität will sich die Rapperin nicht vom Hip-Hop-Business vereinnahmen lassen. Weil ich nicht wie Megan Thee Stallion sein will, sagen manche, ich würde nicht mein volles Potenzial ausschöpfen. Woher wollen die denn das wissen? Ich könnte diese Richtung einschlagen und dann total ausbrennen. Dann müsste ich allein mit den Folgen fertig werden und alle würden sagen, oh, so traurig, was aus Baby Mother geworden ist. Die Leute sagen immer, du musst so oder so sein, sonst gehörst du nicht wirklich dazu. Aber ich will kein Promi sein, das ist doch mein gutes Recht, oder? Natürlich. Ausverkauft sind ihre Shows sowieso. Wie die in Berlin. Eine ihrer ersten nach der Pandemie-Pause. Jetzt live bei Trax, Baby Mother. Jetzt live bei Trax, Baby Mother. Jetzt live bei Trax, Baby Mother. Das sind unsere Sch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020